Und wie gewohnt an dieser Stelle, Vanessa Blumhagen zu Gast. Und wir wollen uns um die Promis kümmern. Einen wunderschönen guten Morgen, Vanessa. Und wir wollen uns um eine Band kümmern, die nennt sich Böse Onkels, die unfassbar erfolgreich sind. Die haben ja ihr Comeback 2014 gegeben, seitdem 100 Millionen gemacht, allein durch Ticketverkäufe. Vanessa, normalerweise bei einer Band, die sagt, wir geben unser Comeback, ist ja immer so ein bisschen so ein kleiner Beigeschmack dabei. Warum ist es bei den Bösen Onkels anders? Naja, es ist halt nicht Howard Carpendale oder Cher. Naja, diese Fanbase, die haben ja damals nur drauf gewartet. Die sind ja zurückgekommen mit zwei Konzerten auf dem Hockenheimring, zweimal komplett ausverkauft. Seit dem Jahr relativ regelmäßig. Also im nächsten Jahr gab es die dann nochmal mit vier Konzerten und, und, und. Mittlerweile eigenes Festival in Leipzig. Und die Leute strömen dahin. Du hast es schon gesagt, 100 Millionen allein für Ticketverkäufe. 1,2 Millionen allein über Streamingdienste. Und da muss man sagen, das Streamingdienst ist immer das, wo die Künstler nicht so viel verdienen. Aber da läuft es. 2,3 Millionen mit Merchandise. Und eigentlich wollten die ja dieses Jahr Jubiläum feiern. Und jetzt ist es auch nächstes Jahr verschoben. Gut, das wird dann aber wahrscheinlich trotzdem mächtig gefeiert, oder nicht? Auf jeden Fall. Das wird riesengroß gefeiert. Und bei denen ist es halt so, guck dir mal, wenn man mal so ein bisschen die Zuschauer angucken kann. Bis in die letzte Reihe gehen sie ab. Genau. Und vor allem, da ist halt alles. Da kommen die Eltern mittlerweile mit ihren Kindern fast schon mit den Enkelkindern. Die haben halt eine riesen, wahnsinnig treue Fanbase. Und man muss halt sagen, das Konzept ist auch gut. Die Leute kriegen halt immer das Gleiche, gute Qualität. Die Musik, man weiß, was man hat. Ist ja so ein bisschen Heavy-Metal-Rock. Sind das denn nur die Fans, die jetzt quasi die so wahnsinnig erfolgreich machen? Du sagst gerade, das Konzept irgendwie stimmt auch. Jetzt ist es, also ich würde jetzt sagen, das ist überhaupt nicht meine Musik. Nee, aber Rammstein ist auch nicht meine Musik. Und das ist auch genau so unglaublich erfolgreich weltweit. Geh mal ins Ausland und sagst, wir kommen aus Deutschland. Ah, Rammstein und FC Bayern München. Und das ist bei den bösen Onkelzahlen, es hat mehr hier so bei uns. Aber trotzdem, du weißt, was du kriegst. Das ist handfeste Musik. Das ist ein super, durch das das Marketingkonzept. Und die sind halt einfach treu. Was kostet so eine Karte? Kann man sich das als Autonormalverbraucher noch leisten? 66 Euro, 50, 70 Euro. Ach, das geht ja sogar. Das geht noch. Aber ganz ehrlich, für höhere Preise kriegst du einen Bob Dylan, der schnuddelt eine halbe Stunde vor sich hin und geht dann von der Bühne und denkst du, was? Also, wie gesagt, es ist überhaupt nicht mein Fall von Musik, aber dennoch... Es funktioniert.